Vom 25. April bis 1. November 2020 rückt die vierte sächsische Landesausstellung die Region Südwest-Sachsen als eine der Wiege der europäischen Industrialisierung ins Licht der Öffentlichkeit. Neben der zentralen Ausstellung im Zwickauer Audi-Bau werden an sechs weiteren authentischen Schauplätzen faszinierende Einblicke in wichtige Schlüsselbereiche der sächsischen Technik- und Industriegeschichte geboten. Zwei Jahre zuvor laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Museen, die Satelliten zum Großteil auch in unserer Region, in der Region Chemnitz-Zwickau, sind in der Vorbereitung, bauen ihre Ausstellungen auf, konzipieren Sonderausstellungen. Das ist also sehr, sehr spannend. Aber auch die anderen Museen aus der Region, ich denke jetzt beispielsweise an Esche-Museum, Textilmuseum in Hohenstein-Ernstein, die jetzt keine Satelliten sind, bereiten ihre Sonderausstellungen vor und rüsten sich für dieses Jahr der Industriekultur. Mit der Ausrichtung der Landesausstellung in Zwickau hat das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst das Deutsche Hygienemuseum in Dresden betraut. Wie bei den Tagen der Industriekultur ist für das Konzept der Veranstaltungsformate der Tourismusregion Zwickau e.V. verantwortlich. Die wir dann in dem Jahr der Industriekultur in den Fotogrund stellen wollen. Und natürlich bewerben wir in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr insbesondere mit der Industriekultur im Fokus, um die Leute jetzt schon auf dieses Thema zu sensibilisieren. Auch junge Leute, die mit dem Begriff Industriekultur auf den ersten Blick wenig anfangen können. Für sie werden spezielle Formate erarbeitet. Ja, zum Beispiel das RAW-Festival in Chemnitz, was jedes Jahr anlässlich der Tage der Industriekultur stattfindet. Da gibt es natürlich auch ein Veranstaltungsformat speziell für junge Leute. Wir haben die E-Book, die Industriebrachenumgestaltung, eine Initiative, die ja eigentlich in den Kleinstädten zu Hause ist, die auch nächstes Jahr wieder in eine Kleinstadt in Westsachsen führen wird. Und dort ganz viele junge Künstler holt und Streetart vorstellen lässt, eine Industriebraucher aufarbeitet. Aber wir werben natürlich auch mit sehr jungen Sachen. Augmented Reality, Virtual Reality sind so die Elemente, die wir aufsatteln auf die klassischen Printprodukte und mit denen wir auf den Messen auch junge Leute ansprechen und damit ganz gut erfolgreich haben. Und es gibt einen speziellen Showtruck. Und wir haben einen Showtruck und dort eben auf diesem Showtruck, mit dem wandern wir im Moment durch die Region. Dort gibt es zwei Virtual Reality-Stationen und dort können unsere Besucher mit einem Industrieroboter interagieren. Bis April 2020 rollt der Showtruck noch durch die südwestsächsische Industrieregion. Dann wird die vierte sächsische Landesausstellung in Zwickau offiziell eröffnet. Unter dem Motto Industrie, Kultur, Mensch soll sie die Geschichte der Industrialisierung in Sachsen zum Erlebnis machen und Schlaglichter auf ihre künftige Weiterentwicklung werfen.